Hallo und herzlich willkommen zu Plenty Plants. Mein Name ist Patricia und wir schauen uns heute an, wie man eigentlich Alokasienblüten bestäubt. Wir schauen uns in diesem Video jetzt auf jeden Fall erstmal an, was den theoretischen Teil angeht. Heißt, ich werde euch jetzt gleich allerdings in Deutsch die Blüte oder eher gesagt den Blütenstand, aber da kommen wir gleich zu, einmal erklären, also den gesamten Aufbau, was was ist. Werd euch aber die englischen Namen dennoch dahinter schreiben, denn wenn ihr das Ganze vertiefen wollt, werdet ihr bei Recherchen auf Deutsch nicht sonderlich viel finden und deshalb ist es vielleicht ganz praktisch, wenn ihr direkt dahinter in Klammern stehen habt, wie das Ganze auf Englisch heißt. Dann werden wir direkt nach diesem schrecklich theoretischen Part, auf den wahrscheinlich keiner richtig Lust hat, aber ich sage euch was, ich musste auch dadurch und es ist nun mal wichtig, dass man erstmal ein bisschen Theorie hat. Danach werden wir das Ganze aber mal in der Praxis ansehen, damit ihr das quasi am Ende eins zu eins genauso nachmachen könnt. Schauen wir uns das Ganze also mal an. Ja, hier sehen wir einmal den gesamten Blütenstand. Warum Blütenstand? Ja, das Ganze ist gar keine Blüte. Surprise, surprise. Vielleicht hat sich der ein oder andere auch schon gedacht. Sieht ja schon doch recht anders aus. Und dieser Blütenstand besteht aus verschiedenen Teilen. Und da sehen wir hier jetzt einmal das Hochblatt. Das ist quasi die Hülle des Blütenstandes. Darin ist, bis sie sich öffnet, der nächste Teil, nämlich dieser ganze längliche Part, nennt sich Kolben. Und dieser Part ist eben in dem Hochblatt geschützt, bis dieses sich eben öffnet und ein Teil des Kolben freilegt. Jetzt müssen wir uns allerdings anschauen, aus welchem Part so ein Kolben eigentlich besteht. Denn es ist natürlich nicht damit getan, einfach das ganze Ding in einzupinseln. Das wäre natürlich schön. So ist es nicht. Ist doch ein bisschen komplizierter. Nur ein bisschen. Wir machen weiter. Bei diesem Blütenstand haben wir hier zuerst den sterilen Part. Ja, das ist der gesamte obere Part. Der unterscheidet sich ja äußerlich, wie ihr sehen könnt, auch so ein bisschen von dem, was darunter kommt. Und dieser Part kann eben nichts, denkt man im ersten Moment. Kann er aber eben doch. Und zwar habe ich dazu auch meinen Highlight auf meinem Instagram-Account gemacht. Denn meine Alokasia-Blüte hat etwas mit sich gebracht damals. Die Freidegg war es, was mir nicht bewusst war. Und was ich dann so ultra spannend fand, dass ich da direkt mal zu recherchiert habe und so coole Sachen gefunden habe. Also es ist so, dieser Part fängt kurz bevor die weibliche Phase eintritt an, etwas warm zu werden und leicht zu riechen. Wir haben alle einen unterschiedlichen Geruch. Ich sage euch, der von der Freidegg ist mir der allerliebste. Ich würde mir das als Parfüm draufhauen. Das ist so, so gut. Das Ganze hat natürlich eine Funktion. Weil warum sollte die Pflanze sonst diesen Part überhaupt haben? Denn er ist ja steril. Also sie kann da zumindest, was das Befruchten angeht, nichts mit anfangen. Aber dieser Part, der lockt quasi die Insekten an. Weil die müssen ja auch erst mal wissen, dass hier gerade irgendwas abgeht. Dass hier gerade die weibliche Phase überhaupt stattfindet. Das mit der Wärme ist ganz oft deshalb so, weil diese Alokasien tatsächlich oft nachts anfangen, in ihre weibliche Phase zu kommen. Versteht mich nicht falsch, die ist am nächsten Tag auch noch da. Ihr müsst deswegen nicht um 5 Uhr morgens oder um 4 Uhr aufstehen und eure Alokasie bestäuben. Alles cool. Das geht auch so. Ich mache das tagsüber. Aber in der Natur wird die deshalb warm, damit Insekten die finden. Ja, also die würden die ja sonst nicht sehen. Ist ja dunkel. Aber durch Geruch und die Wärme, die das Ganze abgibt, können die Insekten dann natürlich kommen und den Part, der weiblich ist, befruchten. Schauen wir uns also an, was hier der weibliche Teil und was der männliche Teil ist. Denn das ist für euch das aller, allerwichtigste und vor allem in welcher Reihenfolge das Ganze passiert. Als allererstes sehen wir hier nach dem sterilen Part den männlichen Part. Und an dem Part kommen die Pollen. Diesen Teil werdet ihr nachher an dem praktischen Teil nochmal genauer sehen. Der weibliche Teil ist gar nicht sichtbar für uns, außer wir öffnen diesen Teil. Denn tatsächlich ist es so, dass diese Insekten in den Kolben, also in diese, ne, in diese Umhüllung von dem Hochblatt, wenn die sich gerade leicht öffnet, reinkriechen und dort können die dann bestäuben. Das hier ist der männliche Teil, der die Pollen macht. Das hier ist der weibliche Teil, an dem das Sekret sein wird, dass diese Pollen aufnehmen kann, an dem die kleben bleiben. Ihr könnt da auch mal mit dem Finger dran tatschen. Es ist klebrig, ja. Also man merkt das wirklich. Ihr, wenn ihr das öffnet, ihr seht, da drin ist feucht, das nass. Also man kann sich da dann schon ganz gut logisch herleiten, dass das der weibliche Part ist. Aber wie genau läuft das jetzt eigentlich? Wann bestäube ich und wie? Und woher weiß ich das eigentlich, dass die weibliche Phase jetzt gerade ist, wenn ich die ja gar nicht sehe? Also es ist so, tatsächlich beginnt das Ganze mit der weiblichen Phase. Einfach, weil eine Blüte möchte kein Inzest betreiben, ein Blütenstand entschuldigt. Und deshalb kommt erst die weibliche Phase. Das heißt, fremde Pollen müssen herangetragen werden und eben zur Befruchtung dienen. Während dann direkt danach, also es ist echt kurz nach der Bestäube, wenn man die bestäubt, am nächsten Tag ist bereits der Pollen am Kolben. Der männliche Teil zeigt euch dann am nächsten Tag, aber nur wenn ihr bestäubt habt, sonst dauert es ein kleines bisschen länger, bereits die Pollen. Und die könnt ihr dann eben wieder einfrieren und für die nächste Alokasie benutzen. Das Praktische ist, dass ihr eben einen weiblichen und einen männlichen Part habt, was bei zum Beispiel Anturie nicht der Fall ist, weshalb ihr, wenn ihr eine Blüte bei einer Anturie bestäubt, auch wenn die danach Pollen macht, die Pollen nicht benutzen sollte. Denn da sind ja auch noch die Alten vom Bestäuben dran. Und dementsprechend hättet ihr dann eine Kontamination eures Batches am Ende. Das ist bei der Alokasie nicht der Fall, da sie eben einen einzelnen männlichen und einen einzelnen weiblichen Part hat. Gut, wenn die weibliche Phase zuerst kommt, dann wird das recht früh sein. Denn dem einen oder anderen ist vielleicht schon aufgefallen, wenn die Blüte sich erstmal öffnet und das Hochblatt sich wirklich runtergerollt hat, also um den männlichen Part herum. Wie gesagt, den weiblichen Part sieht man ja nicht, man sieht ja nur den männlichen. Aber sobald ihr den komplett sieht, könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nicht mehr Bestäuben braucht. Dann ist das vorbei. Also ich mache es tatsächlich so, sobald die Blüte ein ganz kleines Stück geöffnet ist. Mache ich sie komplett auf und bestäube. Und dann habt ihr am nächsten Tag eben direkt wieder Pollen. Könnt die nehmen. Für die nächste Blüte auch für dieselbe. Könnt natürlich auch selten. Also mit sich selbst bestäuben. Vielleicht kommt was Cooles bei raus. Vielleicht wächst es aber dann auch ganz, ganz schlimm. Zum Thema X-Safe machen wir auf jeden Fall auch noch ein kleines Video. Wen das Ganze an sich interessiert, vielleicht auch wegen Anturien und was das für Probleme mit sich bringen kann, der kann auch gerne wieder auf meinem Instagram Account gucken. Da gibt es ein Highlight zum Thema X-Safe. Da erkläre ich das ganz, ganz genau. Ist nicht schlecht, wenn man da so ein bisschen Bescheid weiß. So, nachdem wir jetzt den ganzen Schulbankmist hier durch haben, machen wir das, was ihr wahrscheinlich wirklich wollt. Nämlich den praktischen Part. Und ja, wir sehen uns danach wieder. Ihr seht, das hier ist meine Frydeck. Hier mit den Blüten, die Blätter sind auch ein bisschen kleiner geworden. Aber egal, wir wollen uns die Blüte anschauen. So, die ist jetzt gerade quasi aufgegangen. Gestern war sie noch geschlossen. Das ist wichtig zu wissen, denn wenn sie aufgeht, dann müsst ihr diesen unteren Part hier... Ja, Moment, vielleicht können wir den noch besser draufkriegen. Ja, können wir. Genau, dann müsst ihr diesen unteren Part nämlich öffnen, weil eigentlich würden halt Insekten jetzt hier durch diesen Schlitz, weil es riecht auch sehr, 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 sehr angenehm, auf jeden Fall müssen wir hier diesen Part deswegen aufschneiden. Denn, naja, wir haben nun mal keine kleinen Insekten, die uns das jetzt da rein befördern. Und an diesem ganzen Part hier vorne, ja, den, den wir jetzt hier sehen, das ist nicht der, den wir bestäuben, an dem werden die Pollen wachsen. Ich schneide jetzt hier auf jeden Fall diesen Kranz komplett weg. Ja, also, erst mal so. Also, das ist halt auch unnötig. Also, die braucht das nicht. Moment, ich mache das Step by Step, weil ich natürlich auch Angst habe, dass ich was kaputt mache. So, ganz vorsichtig. Da kann ich hier diese Fiskars-Schere auch wieder sehr empfehlen. Mit anderen Sachen, ja, hat das oft nicht so gut geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja. Schön aufpassen, ne? Ihr wollt hier nichts verletzen. Weil hier drunter, ihr seht es gleich, wieso, sind die zu befruchtenden kleinen, ich sag mal, Stempelchen, auf die man es aufträgt. Da seht ihr eigentlich auch immer schon. Ja, okay. So. Jetzt kappen wir hier hinten noch den letzten Part weg. Zack. So. Und jetzt schauen wir uns nämlich mal die Blüte genau an. Also, die gesamte Anatomie der Blüte. Also, dieser Part hier, der fängt an zu riechen. Und der riecht bei der Freidegg unfassbar gut. An diesem Part hier werden nach der weiblichen Phase, in der männlichen Phase dann, die Pollen sein. Und dieser Part hier ist der, der gestäubt wird. Ich werde euch jetzt mal zeigen, wie ich da auf diese kleinen Stempelchen die Pollen auftrage. Die zeige ich euch auch noch mal vorher. War eine ganz gute Ausbeute. Habe ich sogar in zwei aufgeteilt. Schaut mal hier. Na ja, seht ihr, das ist einiges. So, jetzt nehme ich hier noch mal so ein bisschen was auf meine Spitze. Und der Pinsel wird halt jetzt gleich sehr nass sein, weil das hier halt eben so ein bisschen klebrig nass ist. So sieht man es jetzt. Da direkt auf so einen kleinen Stempel. Und schon ist hier nämlich kaum noch was dran, weil es so klebt. Und dann mache ich so auf jeden Stempel ein bisschen was drauf. Man hat zwar das Gefühl, oh, da ist ja jetzt gar nichts, weil es ist ja noch so viel am Pinsel. Aber das sind so feine Pollen. Dann müsst ihr euch keine Sorgen machen. Was ihr aber beachten müsst, ihr dürft nicht zu feste mit dem Pinsel da drüber gehen. Sonst brechen euch nämlich diese kleinen Stempel, die ihr ja eigentlich befruchten möchtet. Also die Blütenstempel. Wenn ich es richtig verstanden habe, müssten das hier eigentlich die Blüten sein. Also diese kleinen Nöppels hier. Aber ich bin bei den Alus noch nicht so tief drin, wie bei den Anturien. Dementsprechend könnte ich da falsch liegen. So, jetzt machen wir das natürlich auch noch hinten. Da sind ja auch noch welche. Huch. Okay, das seht ihr jetzt leider schlechter. Aber das kann ich jetzt nicht ändern. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Einen schönen Tag, einen schönen Abend, eine schöne Nacht, wann auch immer ihr das Video guckt. Und bis zum nächsten Mal. und bis zum nächsten Mal.